Hallo. Hallo. Das ist schnell gegangen. Das ist schnell gegangen. Ah, aber das... Ich glaube, das schaffen wir es. Ja, das kann man. Das kann man noch machen. Geh mal das. Achso, ich glaube, nimm das Thermometer. Geh, was? Das ist die Gewohnheit. Ja, aber nein, nimm das Buch mit. Passt. Dann nehm ich zwei Thermometer jetzt. Nein. Ich habe zwei. Achso, Bewegungssensor, oder? In der Doku, was wir gestern gesehen haben, waren es auch mit 6 EMF rumgegangen. Achso, ein Scheiß, oder? Ein Dopf von Stefan. Ach bitte. Geister-Hunter-Kacke mit Leider-Retrauben. Das ist ein Blut. Nein, es ist ja... Ich glaube, dass ich nicht so deppert sein kann, dass ich so etwas glauben kann. Dann ruckte einer da mit dem Fernseher und dachte, ich spüre es. Und der eine nimmt bei euch schon voll Schiss, denke ich mir. Ja genau, dass er die richtig ausgesucht hat. Okay. Teffi, was hast du denn dabei? Nein. Ich habe dabei eine Bewegungsmelle und ein Buch. Ja. Okay. Was? Wieso? Ja, damit die Wandel wieder nehmen soll. Ja, das ist ja alles mit der Lernfolger. Dann nehme ich nur UV mit, oder? Nein, Gruselbox. Nehme ich Gruselbox. Ja. Achso, ist das selbe Haus wieder? Stände. Das ist ja das Farmhaus gestanden. Ja, nein. Das ist ja das Farmhaus. Ein Rastfunktion. Nein, geh weg. Egal. So, Profi. Ja, ist da klein. Außerseits Profi, Achtung. Achtung, Achtung. Da kommt die Geisterjäger. Bleiben Sie ruhig. Der typische Geisterjäger-Soundtrack. Ja, das ist schon. Das ist so dramatisch. Boah, jetzt hast du nicht was kommt. Also war das eine Serie, würde ich schauen. Ja. Schon. Na gut, das ist ja eine YouTube-Serie. YouTube-Serie. Hopp. Da haben wir es schon. Oh, was? Echt? Was ist was? Auf diesem Stuhl. Ein Schritt. Ich auch. Ist John Wilson gestorben? Oh nein. Bleib ins Buch. Auf diesem Stuhl. Sehen wir da eine Lebenswelle her? Sehen wir da eine Lebenswelle her, oder? Bist du noch hier? Ja, du. Einfach an die Wunde, ja. Spricht so. Hey, wo ist mir das schon noch gut? Wo bist du? Ups. Ah! Ah! Da ist ein Foto! Da hinter mir! Ich hab gesagt, wir haben noch ein Foto. Wer hat das Fotoapparat mit? Oh Gott. Ich nicht. Du. Ja, der ist einfach vor mir auftaucht. Ja. Der Kano, da nicht. Ja. Oh, da ist ja noch. Reib ins Buch. Oh Gott. 4 Grad. Ja, nein. Es ist schon da. Ja, genau. Oh, schreibt da rein. Also, Sonja, bei deinen Füßen, genau wo das Buch liegt, sind wir bei 2 Grad. Oh Gott. Der verfolgt mich. Ah! 3! Was war das jetzt? Bist du 4? Ja. 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 Ah, schritt bei mir schon wieder. Ja, ich muss es zeigen können, ich habe nichts mehr. Ja. Aber Magneten oben. 1 Grad? 5 Grad? Der hat mit einem Teller. Teller hat er geschossen. Wasch. Das ist Sau. 0,1. Also, gerade keine Gefrierterimperatur. Ich schau mal. Oh, Minus. Ja, Minus. Er ist genau da beim Tisch. Schreib ins Buch. Gefrierterimperatur. Wow. Schreib ins Buch. Ah, Schritt. Ich muss es zeigen können, ich habe nichts mehr gemacht. Ja, ja. Das lass ich mal kurz da. Hä? Was ist denn da das Licht? Ach so, wir haben ja noch keine Kamera. Doch, der fahr mir auf, das Würstl. Ich fühle doch einen durchgerannt wie ein Pfeil. Oder hast du dich nur gern in den Weg gestellt? Weiß ich nicht. Ich bin hindurch gelaufen. Das weiß ich. Ach so, wir haben eine Kamera drin. Ja, ich habe eine Kamera. Egal. Ach so, Shit. Ja. Und ich sage nur, ich sehe was, wenn das Licht ist. Da ist ja noch keine Kamera drin. Ah, das habe ich nicht gehört. Scheiße. Warte bitte, mach das Licht nochmal aus. Er hat sich gerade das Licht aus und eingeschaltet. Ah, mein Dankgeist. Da ist das Licht ausgeschaltet für uns. Ah, Bewegungssensor. Echt? Das Licht brennt doch. Ah ja. Ja, weil das Licht, das da vorne ist wahrscheinlich nochmal. Ja, weil es ist ja das im Hell. Ja, schaut das was aus. So was der volle Fälle Bewegungssensor jetzt ausgelöst. Ähm. Aber Geist, da? Ja. Gefriert hab sie gehört. Ja. Ich weiß nicht welche Pillen die Steffi schluckt. Ja, das siehst du ja, wenn das Pilleheller und Finstere ist. Ich weiß nicht, dass die ganze Zeit halt an. Es ist die Nachtsicht. Sie meint die Nachtsicht. Ach so. Dann kann man das Nachtsicht. Was schaubt denn das? Auf der Tastatur. Schau mal Steff. Ach so, das weiß ich nicht. Der Geist, schau der Geist. Er traf sich aus dem Neu. Ja, haha, witzig. Stefan, haha, witzig jetzt. Ende. Auf alle Fälle sind kein Geisterablögen. Ne, da müssen wir jetzt nicht mehr ausbreisen. Ja. Genau. Ja, da. Dann nehme ich UV mit. Nehmst du UV? Ja. Ich darf fast zu einem Kreuz platzieren. Ich nehme eine Kamera. Müssen wir räuchern. Fotokamera nehme ich auch noch mit. Nein, noch mehr ein Foto. Kamera nehme ich. Dann nehme ich zwei Kreuz mit und hole dann ein Fotoapparat rein. Pille. Wie schaut es da aus? Nein, geht nicht. Ich glaube, dann werden beide Kreuzer, wo sie Fixes in den anderen Raum legen, oder? Rätseln. Ja. Das muss noch den kompletten Raum abdecken. Ich gehe rein. Hey, hey, Geist. Ne, zu wüt, gell? Er hat die Eingangstür zugemacht. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Ja, also ja. Das erste Mal ist eine Docksbahn, oder? Da, ja. Da muss EMF. Das ist ja da eins her. Und eins da hinten beim Sessel. Ah. Neben mir. Neben Kerl. Da, ja. Da hat man Finger zacken. Kein. Da haben wir das Licht aus. Da ist aus. Hä? Wo ist der Licht? Ich schreibe da. Ach, da ist der Zweiter. Wo bist du? Wo bist du? Ja, er hat schon ins Buch geschrieben. Echt? Ach so? Ja. Da, 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 da. Alles klar. Danke. Danke. Zeige dich. Was möchtest du uns mitteilen? Wo bist du? Als Fingerstücke sind keine. Bist du böse? Ach so, ein Foto vom Buch. Ja, ja. Ah, ein Funkdosen. Habe ich. Ach so. Ah! Bapp, bapp. Oh. Hey, weiter. Jetzt aber. Da die Dosen. Zack. Zeige dich. Sprich zu uns. Wie viel? Drei. 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 Also, er ist da. Ei, da ist schon wieder. Ich hab ein Geistermagnet. Der da unten im Tisch. Am Tisch wieder. Oh, scheiße. Ich hab ein Geistermagnet. Zeige dich. Zeige dich. Erscheine. Unholt. Er ist ein Unholt. Zeige dich uns. Ah! Scheiße! Na, ich werde spart. Ich hab ein Geistermagnet. Ich hab ein Geistermagnet. Ich hab ein Geistermagnet. Ich hab ein Geistermagnet. Ja. Ja. Cool. Achstück. Gib uns ein Zeichen. Nein. Mein Spül hängt. Ich nutze das Waschbecken. Ach, jetzt geht's wieder. Irgendwo ist ein Waschbecken. Waschbecken? Ich hab's aufgepasst. Achso. Achso. Aber schalt's wieder aus. Dann wissen wir ja, wenn er's einschaltet. Warum? Ja, das hören wir ja. Wenn er's einschaltet. Ja, stimmt. Da wieder. Also müssen wir immer hinschauen. Ich geh raus und höre die Kamera. Achso. Wir haben ein Foto, oder? Ja, einen dritten Beweis braucht man. Die haben wir ja noch. Achso. Wir wissen aber nicht, was sie ist. Nein. Zwei Beweise haben wir. Ja. Was haben wir denn? Dritter Geisterbuch und EMF. Aaaa. EMF? Naa. Naa. EMF ist nur frei. Bis jetzt sind wir gewesen. Gell, hab' ich mir nur vertan. Die Frühtemperatur und Geisterbuch. Genau. Als Dämon. Jurei. Dämon oder Jurei. Ey, der hat die Kamera ausgeschalten. Weiß? Der hat die Kamera ausgeschalten. Ach shit. Auf jeden Fall müssen wir Pillen nehmen. Uh. Ja. Pillen nehmen wir. Ah, okay. Gar nicht. Und? Ich weiß es nicht. Jurei? Also nicht mehr. Kamera brauchen wir nicht. Nur fürs Wasser. Hat die Kamera noch mit, wenn es war? Ja. Da ist noch eine. Magst du nicht mehr? Nehm ich die mit. Ja, für uns. Eine Hand habe ich frei. Was nehme ich denn noch? Steffi, hast du eine Kamera mit? Ja. Bei einer reichen. Dann nehme ich die Kerze mit. Ah ja. Genau. Die wir verpeilen. Nee, wir haben mit. Kerze? Nehmen wir mit. Ja, und das IMF nimm ich noch mit. Weiß nicht. gmf relevant jurei oder dämon dämon gefrierte emperatur geister box geisterbuch jurei war der geister orb ich nehme nur kamera mit auf stativ und ob man gerade noch nicht ausschließen so bei emf brauchen wir ja nicht mehr eigentlich nicht ja eigentlich nicht Kann man mit der Kerze das Räucherzeuger anzünden? Geht, ja. Oder? Ich glaube schon. Ah, Wasser, oder? Das ist die Box. Ach, die Box-Rennung. Das Buch ist gleich verschoben worden. Hab' ich ja gesehen. Da ist es da hinten, Schatz. Bist du hier? Wo bist du? Die ist eingeschalten! Ja, naja. Ah, so eine zweite Kamera, ist die eingeschalten? Sind beide eingeschalten. Ich geh mal schauen. Ja, ich kann nicht räuchern. Wap, 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 wap. Ich bitte, dass ein Orp da sein. Ah, die... Ist Licht aus? Ja. Orp! Okay. Ich geh mal gern Orp schauen. Ist immer voll lustig. Ja, rein. Du schießt die ganze Zeit mit den Sachen da. Du schießt die ganze Zeit mit den Sachen da. Oh, klar. Ah, Knochenbeweis haben wir nicht. Wir haben doch einen Knochenbeweis. Das war die vorige Runde. Ach, das war das Haus vorher. Weil es ist das gleiche Haus. Ah, super. Ich bin verwirrt. Du hast auch gesagt, wir haben den Knochenbeweis. Das war die vorige Runde. Ja, eh. Wieso hast du jetzt nicht so mit Steffi gefragt? Habe ich nicht gehört, dass sie jetzt gefragt hat. Ach so. Alright, we are here. Okay. Wir sind da. Wir sind bereit. Ah, ja schon. IMF. Bewegung. Willst du das Thermometer nehmen? Ja, danke. Mh. Glaubst du einten oder was? Naa. Ich bin voll munter. Naja, ich sehe auch wie immer schon zwölf, gell. Oh nein, wir haben kein Stativ. Hä? Wir haben die Stative vergessen. Muss ich mal kaufen. Ich glaube, ich hab gar keines gekauft. Ich hätte Zupfer ab, aber die vergessen noch ein. Das wird sehen wahrscheinlich. Okay, was habt ihr hier mit? Bewegungssensor und Thermometer hin. Okay. Stefan? Taschenlampe. Okay. Ich hab das Buch. Ja, sonst hab ich noch nichts drüber. Ich hab das Buch und ein Video. Hier und die Box. Da nehm ich EMF und die Box. Cool. Ich hab das Buch. Ich hab das Buch. Ja. Ich hab das Buch. Ich hab das Buch und ein Zeich. Gib uns ein Zeich. Also Stefan, magst du mir irgendwas geben? Hoops oder EMF? Nein, achso ich hab's nicht. Weil du kannst ja nicht beides. Weißt du was ich meine? Achso, das stimmt. Ich gebe dir das Buch. Achso. Genau, da können wir beide noch nicht heraussetzen. Wo bist du? Ich gebe uns eine Zeit. Wo bist du? Da ist eine Kerze umgeworfen. 7 Grad, 6 Grad. Ah ja. In der Küche. Da ist eine Kerze umgeworfen. Bist du hier? Kein Minus. Schritt. 3 Grad, 3 Grad. Wo bist du? 15 Grad. Also in einem Tisch da irgendwo. Orca Minusgrad. Bar Grad? Du wirst. Bist du hier? Ich leg die Sprüche wieder auf die Tisch her, oder? Ja. Ja. Da ist auch gerade. Kamera? Nein. Schauen wir hinten. Schauen wir hinten. Schauen wir hinten. Abfohlen. Nein. Wenn duprich. Ja das es ist, wenn du dein Bruch gehst. Abfohlen. Abfohlen! Abfohlen. Abfohlen. Er ist der Puchnil, oder? Oh, da geht es jetzt. Schau mal, Fingertrack genug. Ah, er hat sich jetzt nicht erworben. Ah, ein Quitschbrett. Ist der Puch? Brauchen wir noch was drinnen? Wohin? Da? Nein. Rein. Wir haben eine Fotofahrt und des Guzifixes. Ja, genau. Ich habe auch Guzifix dabei. Schau mal, Kreis. Habe ich. Weitere ich den Keller. Ah, ein Buch, oder? Achso, sechsmal. Da habe ich schon einen Zergling. Hatte wir ein Foto vorgenommen. Ein Foto vom Buch. Machen wir gleich. Nein. Gefrier, gefrier. Ah, ja. Ja, haben wir schon. Ja, dann haben wir ja schon drei. Ja. Huch, Gefrier und? Arb. Achso, Arbs, genau. Hier, brauchen wir noch ein Foto vom Geist. Zeige dich. Ein Foto vom Quitschibrett. Ein Foto vom Quitschibrett. Mit dem? Ein Fotobeweis ist da nirgends. Da gibt es ja keinen oberen Stock, gell? Nein. Nein. In dem Keller ist nirgends gewesen. Jetzt schauen wir mal die Foto. Ich bin auch am Foto. Vielleicht liegt der wieder am Esstisch. Äh. 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 Ne, man kniebt nicht. Schau dir gerne. Ich kann es jetzt schon hoch mit nachschreiben. Ja. Interaktion. Interaktion. Interaktion ist aber nicht, oder? Zeig dich an. Ja, scheine. Zeige dich. Achso. Hast du das Brett nur mal fotografiert? Ah, das Buch. Ja, ich hab mir gedacht, das Buch ist extra eigentlich was, oder? Es ist auch nur Interaktion. Ja. Weil ich hab schon fotografiert. Ja, ja, ich hab's eh gesehen im... Dings. Achso, ein Knochen, genau. Nein. Der liegt sicher irgendwo oben wieder, auf einem Tisch, oder? Achso, gibt's da oben auch ein paar Tipps. Ja, ja. Ich geh mal schauen. Ich geh mal schauen. Ah, schritt. Echter bei mir. Zeig dich. Oh, geil. In der Garage, am Auto. Am Auto? Ich sag ja, der liegt oft irgendwo oben auch immer. Da, schau. Ach, okay. Ich nehm einen mit. Aber das hab ich auch noch nicht. Ich brauch nur ein Foto von dir. Ja. Zeige dich. Oh, Geist. Zeig dich. Ich weiß nicht. Wie die Paparazzi. Kind! Es läuft auf die Zuschläfte. Es ist weg. Okay, wir haben alles. Tschüss. Direkt drei Geisterfotos. Ja. Oh nein! Oh nein! Scheiße! Oh Gott! Zum Glück bin ich noch rausgekommen. Ja. Wir haben gelernt. Einen guten Abstand halten. Sonst verwischt es den. Vorbei. Ja, für die Steffi ist auch vorbei, glaube ich. Ah, schau mal! Schau, Stefan, draußen. Schau da, Stefan. Wo? 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 Ah, siehst du das nicht? Da schaut die Hand aus. Echt? Nein, ich seh da nichts. Ich hab ein Foto im Journal gemacht. Der Geist hat ja Hände und Bier und den Kopf aufgerissen. OMG! OMG! Okay, ich fahr! Oder? Wir haben schon allzu egal gehauen. Schade. Ah, was haben wir jetzt eigentlich? Jurei! Jureiii! Okay. Ich hab nämlich gar nichts eintragen. Schau auf mein Fotoapparat. Siehst du es doch? Nein! Nein! Ah, egal. Ich fahr jetzt! Ja. Okay. Ah, Mist! Ah! Du willst dich da oben drüber werfen. Ja, sind wir schon da. Ja. Cool, alles geschafft. Wow, so viel halt gut. Ja. 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 Ja.